Hören und Schreiben Sie hören eine telefonische Mitteilung. Notieren Sie die Informationen auf dem Antwortbogen. Sie hören die Mitteilung zweimal. Sie hören die Mitteilung zweimal. Um unsere Postkarten zu versenden. Könnten Sie uns folgende Versandkartons zuschicken? 20 in Größe S, 40 in Größe M und 30 in Größe L. Ist eine Lieferung bis Freitag möglich? Melden Sie sich bitte noch einmal. Mein Name ist Krause. K-R-A-U-S-E Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gern an. Meine Telefonnummer ist 3 6 2 4 8 4. Vielen Dank und auf Wiederhören. Guten Tag, hier ist Günter Krause von der Firma Papierwelt. Wir brauchen mal wieder Verpackungsmaterial von Ihnen, um unsere Postkarten zu versenden. Könnten Sie uns folgende Versandkartons zuschicken? 20 in Größe S, 40 in Größe M und 30 in Größe L. Ist eine Lieferung bis Freitag möglich? Melden Sie sich bitte noch einmal. Mein Name ist Krause. K-R-A-U-S-E Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gern an. Meine Telefonnummer ist 3 6 2 4 8 4. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ende des Tests Hören und Schreiben Hören und Schreiben